damit herzlich willkommen zum let's play persona 5 royal aber wir sind sicher angekommen und zwar sind wir auf dem weg zur schule es hat etwas gedauert aber am ende habe ich es doch geschafft heute ist unser erster schultag in der neuen schule wir sind ein vorbestrafter schüler und werden jetzt als außenseiter guten Morgen Du möchtest, dass ich dir eine Runde nach der Schule geben soll? Du musst dich bald sein. Ja, danke dir. Du musst auch eine Liste? Nein. Dammit! Scheiße, das perfekte Lehrer. Perfekte Lehrer? Hm? Was willst du? Du planst mich auf Kamoshida raus? Kamoshida? Kamoshida? Wer ist das? In dem Auto, das war es Kamoshida. König in einem Schloss? Nein, ich meine... Hm? Warte, du kennst nicht Kamoshida? Du bist aus Shuzhen, oder? Ich glaube schon, aber ich bin ganz neu. Was? Keine andere Hochschule hat eine Uniform wie diese. Hm. Ein zweites Jahr, oder? Wir sind gleich, dann. Ich habe dich nie gesehen, aber... mir ist irgendwie schwindelig Was war das eben? Was heißt das? Hm, also bis jetzt sind wir noch ganz gewöhnlich, oder? Bis auf diesen Traum im Weltkrieg. Was ist das? Du hast zu den Schuhzhin Academy, richtig? Eine Ordinary Prep School, die in jeder Stadt gefunden hat. Das ist das, was es sollte sein. Was hat sich in der Zeit passiert? Um, tell me everything, truthfully. We didn't come the wrong way, though. Yeah, this should be right. What's going on here? I guess we'll just have to go and ask. Tja, hochmysteriös. Wo ist die Schule? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich war hier noch nie. Ist mein erster Tag. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, guten Tag, arbeiten Sie hier. Bist du ein Schüler? Nein, ich bin... Sind das Lehrer? Ich glaube nicht, dass die, äh, das muss ein Streich sein, oder? Das ist ja also ganz merkwürdig. Jetzt werden wir eingesperrt. Ja, wir möchten den Fortschritt speichern. Aber was war das? Das ist sehr komisch, oder? Wach auf! Tja, wo sind wir hier? Wie soll ich wissen? Ich habe gerade auf 2. Es ist nicht so, dass das kein Traum ist. Ja, was ist passiert? Hey, lass uns hier raus! Ich weiß, dass jemand da ist! Was ist da? Verdammt! Wo sind wir? Ist das eine Art Film? Was war das gerade jetzt? Woa, 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 woa! Du schützt mich, oder? Komm schon, Mann! Ah, diese Ketten verwenden die zum Foltern, oder? Und dann, das ist nicht lustig. Ähm... Gibt's ja keinen Weg nach draußen. Schmutziges Bett. Verdammte Scheiße! Es gibt doch keinen Sinn! Vielleicht von der Tür. Diese Stäbe sind hartnäckiger, als sie aussehen. Hast du das gehört? Was? Du bist glücklich, dass deine Verpflichtung übernommen wurde. Deine Verpflichtung ist unverlässig. Und deshalb werden sie zu Todes getroffen. Sag was? Niemand ist zu tun, wie sie in meinem Kastel lieben. Hä? Warte! Ist das du, Kamoshira? Kamoshira? What? Ich dachte, es war ein Pfarrer Thief. Aber um zu denken über dich zu Kamoshira. Hast du versucht, mich wieder zu bewegen? Es sieht, wie du... Und du hast eine Freundin gebracht. Weil du dir nichts für dich selbst tun kannst. Das ist nicht lustig, du Scheiße! Ist das, wie du mit einem König sprachst? Es scheint, dass du nicht verstehst, die Position, in der du überhaupt bist. Nicht nur hast du in meinem Kastel geflogen, hast du den Krieg, um mich zu verursachen. Und ich, der König! Die Schuld für das ist die Todes. Es ist Zeit für eine Begründung. Geh ihn weg! Stop es! Gott, verdammt! Ich kann ihn nicht zurücklassen! Und du bist! Er ist kein Freund! Komm schon, schnell und weg! Was ist das Problem? Zu Angst, um zu gehen? Pfff! Das Schum, das Schum ist nicht wert, meine Zeit. Ich fokussiere mich auf dieser Weg. Das Schum, das Schum! Das Schum, das Schum, das Schum! Das Schum, das Schum, das Schum, das Schum! Wo ist deine Energie von früher? A peasant wie du ist, ist nicht wertvoll zu schlagen. Ich werde dich jetzt töten. Auf! Auf! Ich werde dich nicht mehr auf! Aber wenn meine Hush s Convention ist, steht, vielleicht noch ein Schum, gibt dich noch die Hoffnung. Was ist die Ver mois? Was ist das Problem? Du gehst einfach umwarten, zu sehen? Du versuchst ihn um sich zu retten. Tod ist es erklapp, wenn du nichts правיף hast. Was ist dein vorherigen Entscheidungen vallengest? Sehr gut, ich habe Ihren Resolven. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich werde dich aufhalten. 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 Wenn du so möchtest, werde ich dir die Kraft geben, um durch diese Krise zu brechen. Schenk mir deine Kraft. Ich werde dich aufhalten. Ich werde dich aufhalten. Okay, Level Up gibt es auch noch. Uff. Tja, irgendwas ist jetzt mit mir passiert. Was war denn das gerade? Schade. Ich werde dich aufhalten. Ich werde dich aufhalten. Glaubt ihr, ihr kommt ja mit davon, mir das anzutun. Was war das? Was war das? Was war das? Bis zum Schauen und bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum Schauen. 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 Bis zum Schauen.